Fuss in die Tür, auf den Schluss des Bundeskabinetts und die Folgen, ein Klammer des Tages, das wir jetzt ausfüllen. Rechts halten und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Cannabis-Freigabe, wenn es der Kultus bestimmt hat und auf die Ausfahrt rechts. Der Koalitionskompromiss zum Fasco-Einstieg bei den Klammern des Hamburger Hafens hat es gestern gezeichnet. Die frisische Staatsrederei darf Anteil auf nur 24 Prozent auf einen Einstieg unter der 25 Prozent. Der Klammern des Hamburger Hafens wird in den Regierungskreisen auch als möglich bezeichnet, die den Schaden begrenzen dürfen. Die EU-Ministerien hatten sich grundsätzlich gegen eine chinesische Beteiligung ausgesprochen, darunter das Wirtschaftsministerium. Der Grund sorgte um eine mögliche Einflussnahme Pekings auf die kritische Infrastruktur Deutschlands. Mit der sogenannten Teiluntersahmung, die nun im Bundeskabinett beschließen wurde, darf der chinesische Staatskonzept aus und zwar investieren und auch nicht durchgestimmt. CDU-Chef Friedrich Merz geht aber auf das Tieramt, sagte er in den Wahl in den Norden. und dann bleiben sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Merz sagte, er könne den Kanzler Olaf Scholz nicht verstehen. Dieser habe sich nach zahlreichen Berichten gegen eine Volluntersahmung des Lebens gewählt. Unterstützung erliefst der Kanzler nicht nur auf der Norge es geblieben. Auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Winter in CDU hatte vor wenigen Tagen noch hervorgehoben. Er halte es für wichtig, dass der Hamburger Hafen wirtschaftlich gut aufgestellt ist und das investiert wird. Und jetzt sprach, ebenfalls CDU. Hier spricht unter und sagt, es sei eben keine Wirtschaft zu fragen, sondern eben politische. Jetzt dringend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017